Es ist echt nicht leicht, ein perfektes Video zu drehen für den Video-Kanal hier, aber ich hoffe, dass ich es jetzt hier von der Aussprache richtig mache. So, also, hier sind Informationen, die wir wirklich interessieren sollten. Die haben bei mir die Regierungen gerufen und gesagt, ich soll mal wieder ein Video machen, wo ich viel verspreche und dann gar nichts Zeit halte. Nein, Spaß! Also, mit den Eisnäßen aus Friedland auf einmal hat es nicht unbedingt geklappt, denn der Typ vor der Kamera, der war faul. Aber hier kommen die wahren Infos. Ja, ich weiß, ich hab in diesen Infos-Videos einen schlechten Ruf. Und das ist mir jetzt scheißegal. Doch, also fangen wir einfach an, ja? Gut. Ich werde, wenn ich über Filme rede, dann werde ich diese Kippie aufhaben. Also, diese Kippie hier erkennt ihr, dass ich mal wieder irgendwas mit Filmen mache. Das wird jetzt alles Mögliche sein. Weiterhin werde ich auf jeden Aria-Schild eine Besonderheit werde ich einbauen. Von der ich nicht weiß wie oft ich das Video mache. Ihr sollt mich ja auch ein bisschen als Mensch kennenlernen. Und da werde ich auch immer mal wieder ein Video machen. Weiterhin wird wieder mehr Talk kommen. Bei Themen, die ich als wichtig betrachte. Und ich arbeite immer noch an meinem Trailer zum Kanal. Wenn ihr da Ideen habt für den Trailer, könnt ihr die mir gerne in die Kommentare schreiben. Meine Brille rutscht wieder runter. Ja. Aber was echt eine neue Information ist, neben der Sache, dass ich über mich als Mensch reden werde, ist, dass ich Instagram habe. Und da könnt ihr mich unter dem Namen Don Leon finden. Da gibt es ein paar wirklich geile Aufnahmen. Auch aus meiner Zeit im Urlaub. Der hier noch nicht ganz vorbei ist. Ich hatte ein paar Tage. So heute Morgen. Und dann war Wochenende und am Dienstag muss ich wieder ran. Das ist so cool. Gott bin ich müde. Okay, ansonsten hoffe ich, dass ich es endlich geschafft habe, hier mal vernünftig und klar zu sprechen. Denn das ist auch so ein Problem. Ich red immer gern mit dem Verwaschen und knuschel auch gern in meinen eher noch nicht so ganz vorhandenen Baht. Und das passiert mir immer öfterlich zu versprechen wie auch ein paar Mal. Meine Versprecher werden weiterhin in den Videos bleiben. Das ist auf jeden Fall meine fette Information. Meine schlechten Biss-Insider-Witze werden auf jeden Fall auch da bleiben. Und jetzt haut rein. Tyronimo Bounce. Tyronis. Meine Faust hier gesauft hat. Der ist cool. Woll ich nur so mal erwähnen. Achja. Und hab einen Millionen Opponenten. Da. Aber nur da. Da mag ich dann auch so eine Challenge. Das wollte ich nur mal erwähnen. лин. Tyronimo. Sui.